Musik Sind Sie eigentlich konservativ? Entschuldigung, Sie sind also nicht konservativ? Ach, Sie wissen nicht recht, ob Sie konservativ sind, weil das eher ein Gefühl ist als etwas, was man klar von sich sagen kann. Da haben Sie schon recht. Und deswegen wollen wir uns heute damit befassen, was den Konservatismus meinen kann. Und zumpfgerecht schaut man danach, was das Wort bedeutet, wo die Sache herkommt, in welchem Zusammenhang sie steht und was sie will. Das Wort Konservatismus hat einen lateinischen Ursprung. Das Wort Konservare heißt bewahren. Bewahren kann man die Monarchie. Bewahren kann man die SED-Herrschaft. Bewahren kann man das Erdklima. Wer ist denn nun ein Konservativer? Der Monarchist, der SED-Führer, der seinen Staat retten will. Der Klimaschützer. Man sieht, mancher ist in der Wortbedeutung ein Konservativer, ohne es von seinem Selbstverständnis her zu sein. Und ganz offenbar kommt man nicht weit, wenn man das Konservative lediglich vom Bewahren her verstehen will. Und eben das macht die Schwierigkeiten mit dem Konservatismus aus. Die ursprünglich als Konservatismus bezeichnete Haltung, die kommt aus der Zeit der Französischen Revolution. Konservative waren jene, welche die Revolution und ihre tragenden Ideen ablehnten. Ob das nun in England Edmund Burke war oder in Frankreich Leute wie de Maestre oder Chateaubriand. Was genau sie an der Revolution ablehnten, das konnte variieren. Aufklärung überhaupt oder lediglich die Radikalität der Revolution. Aber Konservatismus versteht sich als Gegnerschaft zur Aufklärung und als Gegnerschaft jenes modernen Staates, der aus der Aufklärung und der Französischen Revolution entstand. Ja, mehr noch. Die Revolution wandte sich ja gegen die christliche Prägung Frankreichs des Staates überhaupt. Infolgedessen waren Konservative jene, die glaubten, das Christentum verteidigen zu sollen und einen christlichen Staat haben zu wollen. Und noch später kommt es zur industriellen Revolution. Es entsteht die Arbeiterklasse, die soziale Frage. Und mit ihr entsteht die Arbeiterbewegung. Was nun Konservative bekämpften, das war die Arbeiterbewegung. Und später die Demokratie, die mit dem Aufkommen der Arbeiterbewegung ja verbunden ist. Immer definiert sich Konservatismus als gegen etwas sein. Immer? Beim Faschismus und Nationalsozialismus ist die Sache etwas kompliziert. Ein Teil von Konservativen begrüßte faschistische Staaten, weil sie endlich eine starke Staatsgewalt in Aussicht stellten. Und anderen wiederum war gerade der deutsche Nationalsozialismus mit seiner Radikalität, seiner Wendung gegen die Religion zu modernistisch. Ja, und dann? Dann entsteht irgendwann die Bundesrepublik Deutschland. Und jene, welche in diesem Land in der Regel als Konservative ausgemacht werden, Leute von CDU und CSU, was wollen die konservieren? Monarchie? Gegnerschaft zur Demokratie? Ja, eben den freiheitlichen Staat des Grundgesetzes wollen sie konservieren. Man sieht, es ist ein langer historischer Spannungsbogen, den man mit dem Etikett Konservatismus abdeckt. Und das ist der Grund dafür, warum es so furchtbar schwer ist, Konservatismus von seinen Inhalten her verstehen zu wollen. Es ist schon komplizierter mit ihm. Es wandelte sich also das, wogegen Konservative sich gewehrt haben. Und sie verbündeten sich, die Konservativen, immer wieder mit neuen Ideen, die sich ihrerseits bewährt hatten. Schon im 19. Jahrhundert fangen Liberalkonservative an, die Errungenschaften des modernen liberalen Verfassungsstaates gegen ihre mit dem Zeitgeist nicht schritthaltenden Altkonservativen zu verteidigen. Am Ende des 19. Jahrhunderts verteidigen Sozialkonservative den fürsorglichen Vaterstaat gegen die Liberalen, welche auf die soziale Frage keine Antwort haben. Und heute, heute verteidigen viele Leute dieses Gemeinwesen, welches entstanden ist aus Dingen, welche Konservative fast eineinhalb Jahrhunderte lang abgelehnt haben. Sie verteidigen dieses Gemeinwesen gegen Rückfälle und gegen allzu eilige Verbesserungsversuche. Und weil das so ist, dass Konservatismus je nach Zeitalter für unterschiedliche stand, tut es sich so schwer, sie von seinen Inhalten her zu definieren. Wie hilflos ist es, von konservativen Werten zu sprechen? Das Recht auf Leben, ist das ein konservativer Wert? Oder nicht eher ein christlicher Wert, der in Zeiten der Selbstverständlichkeit von Schwangerschaftsabbruch sogar etwas Verstörendes, Aufsässiges, die bestehende Ordnung Hinterfragendes hat? Oder wie sieht es aus mit Recht und Ordnung? Wollen das Sozialdemokraten, wollen das klassische PDS-Wähler etwa nicht? Wie sieht es aus mit Bildung? Die will auch ein jeder, nur eben verschieden akzentuiert. Und Leistung, Konkurrenz, Markt? Ja nun, das sind nun wahrhaftig liberale Ideen. Noch einmal, man erkennt, Konservatismus ist schwer von Inhalten her zu definieren. Und trotzdem sind markante Züge einer konservativen Haltung leicht zu erkennen. Konservative glauben, dass es falsch sei, sich eine Gesellschaft so vorzustellen, dass man sie nach einem vorgefertigten Bauplan errichten könne und dass sie dann funktioniere. Das macht Konservative so skeptisch gegen alle großen gesellschaftlichen Reform- und Umbaupläne. Konservative mögen es auch nicht, wenn man sich die Welt, wenn man sich die Gesellschaft vorstellt, als eine Ansammlung von Einzelmenschen, die lediglich durch oberflächliche Interessen miteinander verbunden sind. Konservative haben eher das Gefühl, Menschen werden durch mehr verbunden. Durch Sprache, durch Kultur, auch durch gemeinsame Geschichte. Und deswegen wehren sich Konservative gegen alle Gesellschaftspolitik, welche diese Bindungen von Menschen aufzulösen versucht oder aufzulösen in Kauf nimmt. Und letztlich sind Konservative solche, denen es darauf ankommt, dass nicht verkannt wird, dass Gesellschaft etwas so Kompliziertes ist, dass sich ihre Ordnungsformen, einmal defekt geworden, schnell wiederherstellen ließen. Was wirklich funktioniert, so meinen das Konservative, verdankt sich einem langen Prozess von Versuch und Irrtum. Und deswegen soll das Bewährte beibehalten werden und soll man Neues erst einmal prüfen, bevor man es übernimmt. Und von diesen Zielen her versteht man nun durchaus, was den Kern von Konservatismus ausmacht. Es ist eine Haltung und nachgerade eine Methode. Dass Konservatismus vielleicht nur eine Methode des Denkens, des Umgangs mit der Welt sei, das mögen viele nicht hören. Zu fest steht für sie, dass Konservatismus eine Erscheinung der europäischen Geistesgeschichte ist, die von der französischen Revolution herkommt. Aber ist es denn wirklich so, dass die Vorstellung auf den Westen beschränkt ist, eine Ordnung, eine gut geordnete Gesellschaft sei ein wertvolles, ein seltenes, ein störanfälliges Gut, mit dem man nicht einfach experimentieren dürfe, ist das nicht auch ein Grundzug des konfuzianischen Denkens? Und ist es denn wirklich so, dass man nur im Westen die Vorstellung hätte, dass eine Gesellschaft mehr ist als das unverbundene Nebeneinander von Einzelmenschen, sodass man sich um das Sorgen müsse, was die Menschen zusammenhält und zu einer Gemeinschaft formt? Und obendrein ist es denn eine westliche Eigentümlichkeit allein, dass man meint, Religion könne, ja müsse sogar für den gesellschaftlichen Zusammenhalt eine wichtige Rolle spielen, ist das nicht auch eine islamische Grundüberzeugung? Und wenn man so darüber nachdenkt, erkennt man unschwer, dass Konservatismus eine Haltung ist, die sich durchaus auch als konfuzianischer Konservatismus, als islamischer Konservatismus auffindern und mit dem europäischen Konservatismus verbinden lässt. Zum Schrecken vieler selbsternannter heutiger Konservativer. Ja, welche Parteien sind denn nun konservativ? Gewiss nicht eine Partei wie die NPD, die den bestehenden Zustand ja nicht aufrechterhalten, sondern umwerfen und beseitigen will. Wie sieht es aus mit jenen Parteien, die unseren Sozialstaat aufrechterhalten wollen? Wie etwa der SPD und der Linkspartei. Sind die nicht eigentlich konservativ? Und gar erst die Grünen, die für Nachhaltigkeit beim Umgang mit natürlichen Ressourcen, die für Nachhaltigkeit bei der Finanzwirtschaft, beim staatlichen Verhalten eintreten und für die Stabilität des Erdklimas werben. Man sieht, es ist gar nicht so einfach, Konservatismus mit parteipolitischen Gruppierungen zusammenzubringen. Und hier ist es insbesondere eine Gleichsetzung, die in die Irre führt. Auch sie geht zurück auf die französische Revolution. Es ist die Gleichsetzung von rechts mit konservativ und von links mit fortschrittlich. Im Grunde verdankt sich diese Gleichsetzung nur dem, dass während der Revolution in der Revolutionär-Nationalversammlung Frankreichs die gemäßigten Revolutionäre vom Präsidenten gesehen aus rechts saßen und die radikalen links und dass sich dieses Muster in den europäischen Parlamentszählern jahrhundertelang erhielt. Rechts sitzen jene, die vorsichtig mit dem bestehenden Zustand umgehen wollen und links jene, die ihn überwinden wollen. Und weil diese Gesäßgeografie mit den tatsächlichen politischen Herausforderungen immer weniger zu tun hat, führt die Gleichung rechts gleich konservativ, links gleich fortschrittlich in die Irre. Und noch eine weitere Gleichung führt in die Irre. Auch wenn sie von sich als konservativ Empfindenden oft benutzt wird. Konservativ, das sei christlich. Ja, welchen gesellschaftlichen Zustand, welche Kultur will das knappe Drittel Christen in den neun Bundesländern konservieren? Es geht so nicht auf. Und bei der Gleichsetzung christlich gleich konservativ möge man bedenken, dass den Religionsstifter selbst schon die Konservativen seiner Zeit vom Leben zum Tod gefördert haben. Was meinen Sie nun nach all diesen Hinweisen und Berichten aus der Geistes- und Politikgeschichte? Sind Sie nun konservativ? Wollen Sie den Sozialstaat und die Umwelt und die freiheitliche demokratische Grundordnung aufrechterhalten? Oder sind das alles fortschrittliche Positionen? Aber was bedeutet dann konservativ sein? Also etwas aufrechterhalten? Es mag sein, dass Sie eben so verwirrt sind, wie das offenkundig die CDU derzeit ist, wenn sie klären soll, was wohl konservativ bedeutet. Ist das ein schlimmer Zustand, wenn man sich wundert über das, was man denkt und wie es denn benannt werden könnte? Es ist vielleicht ein unangenehmer Zustand. Aber zu Beginn der europäischen Philosophiegeschichte schrieb Platon, Urvater unserer Wissenschaftstheorie, dass aus dem Zustand des sich Wunderns, des nicht mehr Weiterwissens, des völlig Verwirrtseins, alle Liebe zum mehr Lernen, zum mehr Wissen, alle Liebe zur Wissenschaft und Philosophie entstünde. Und wenn Sie ihr folgen, dieser Liebe zum mehr Wissen, ja, dann wissen Sie vielleicht eines Tages auch, ob Sie konservativ sind oder eben nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 und dann wissen Sie wenn Sie wenn Sie das ,